Langsam, langsam, bringt nichts zu mir lenken. Da ist vorne keine Sperre drin. Ein wenig frik, klappen wir mal den Fahrerspiegel ein. Langsam, langsam, stopp, nicht zu weit rübergerutscht. Versuch, du ohne Sperre, du musst die Sperre raus, bergab. Schlagherr, du musst mehr rüber. Langsam, okay. Jetzt noch einmal gerad rüber. Die vordere Sperre gleich rein. Geh langsam. Ein bisschen überlenken. Scheiße, geht nicht, oder? Doch, er dreht vielleicht weg. Probier's einmal. Du fährst jetzt erst einmal geradeaus. Du kannst jetzt noch gar nichts. Du fährst jetzt erst einmal geradeaus. Stopp! Fahr den Tick zurück, fahr den Tick zurück. Dann steig. Nee, stopp, stopp. Du musst so einschlagen zurück, dass die Schnauze da rübergeht. Bis du oben auf der Kante bist. Noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Noch ein wenig, noch ein wenig, noch ein wenig, noch ein wenig. Noch ein Stück. Noch ein Stück. So, und jetzt schlägst du ein wenig mehr Nibel. Weiter Nibel. Und jetzt zu mir her, zu mir her lenken, damit er hinten frei kommt. Drahtaus weiter. Und jetzt nach rechts einschlagen. Hast du eine Schwerde drin gefahren? Okay, weil die brauchst du jetzt nicht. Das macht Spaß, oder? Ja, mir auch.